Es reicht langsam, ne? Nicht so langsam. Wie bitte, Jungs, wir starten jetzt erst mal mit der Übung. Wir machen Up, Up, Down, Down. Und zwar kommst du aus der Plank immer in die Liegestütze rauf und gehst wieder runter in die Plank. Und Lukas, du machst es ein bisschen knackiger, du machst noch eine Liegestütze zwischendurch, genau. Und jetzt wieder runter. Perfekt, Jungs. Achte drauf, dass du nicht so viel wackelst. Bleib mal ein bisschen stabiler in der Körpermitte. Ja, sehr gut. Komm, zieh dran. Gut so, Jungs. Zehn über jede Seite, dann seid ihr gut dabei. Zehn mal jede Seite. Probier das mal zu Hause aus, das brennt.